Lektion Erfassung von Behandlungsstofflieferanten Für die Erfassung von Behandlungsstofflieferanten gehen Sie wie folgt vor. Klicken Sie auf die Gruppe Behandlungsstoffe und auf den Menüpunkt Lieferanten. Als nächstes klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Lieferant. Eingabetipp Sie können die Eingabemaske auch mit Hilfe der Tastatur öffnen. Halten Sie dazu die Alt-Taste gedrückt und drücken zusätzlich auf die Taste N. Erfassen Sie nun der Reihe nach die Daten Ihres Lieferanten. Eingabetipp Sie können sich auch mit Hilfe der Tab-Taste von Feld zu Feld bewegen. Möchten Sie ein Feld zurückspringen, halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt und drücken zusätzlich auf die Tab-Taste. Beenden Sie die Eingabe mit einem Klick auf die OK-Taste. Beenden Sie die Eingabe mit einem Klick auf die Taste N.